hier ist politik in brandenburg und ich bin andreas dorfmann schön dass sie dabei sind im fernsehen im web und natürlich auch bei youtube mein heutiger gast ist annalena baerbock von bündnis 90 die grünen mitglied des bundestages hier aus potsdam und bundesaußenministerin das weiß ja jeder wir sind jetzt bei ihnen in ihrem wahlkreis in ihrem wahlkreis büro in potsdam in der charlottenstraße danke dass sie zeit für uns haben ja schönen guten tag an diesem schönen sommertag lassen wir uns mit potsdam und dem land brandenburg starten sind auf der ganzen welt unterwegs aber dennoch starten wir hier mit ihrem wahlkreis die wahlen zum europäischen parlament zudem die kommunalwahlen im land brandenburg und natürlich der blick auf das was noch kommt die landtagswahlen sowohl in thüringen in sachsen und auch hier im land brandenburg wenn man sich die aktuellen umfrage werte anschaut und auch die wahlergebnisse der kommunal- bzw europa wahl und jetzt mit blick auf die landtagswahl 2024 wo sehen sie da die herausforderungen für bündnis 90 die grünen auch ganz speziell hier für potsdam wir haben hier gerade in potsdam bei der letzten kommunalwahl sind das zweitstärkste kraft in potsdam geworden das freut uns natürlich aber brandenburg weit und auch mit blick auf die europawahlen da haben wir noch etwas luft nach oben alle demokratischen parteien waren herausgefordert in diesen zeiten die glaube ich viel verunsicherung mit sich bringt mit blick auf den russischen angriffskrieg auf die ukraine auch mit blick auf die wirtschaftliche lage viele dinge sind teurer geworden und wenn wir uns jetzt gerade auch mit blick auf die schulferien anschauen die ausstattung in den schulen auch das treibt die menschen um und das sind all die themen die natürlich auch mich die meine partei bewegen und ich glaube es ist wichtig dass wir insbesondere immer uns fragen wie geht es den menschen vor ort und was können wir tun um ihr leben zu erleichtern sie regieren in brandenburg mit mit der spd und mit der cdu wünschen sie sich eine fortsetzung der kenia koalition ich wünsche mir natürlich dass meine partei weiter mit regiert wir haben hier mit axel vogel den umwelt- und klimaminister gerade auch bei den herausforderungen wie wir ja mittlerweile auch in brandenburg beim klima haben wichtige weichenstellungen erreicht wir haben erlebt im sommer brennen hier auch direkt in unserem umkreis immer wieder die wälder weil es so heiß und trocken ist wir haben bei den hochwassern in diesem jahr gerade bei uns in der region etwas mehr glück gehabt in anderen bundesländern saß katastrophal schlimm aus das heißt auch der hochwasserschutz die frage wie gehen wir mit diesen extremen wetterergebnissen um die ist zentral und da sind bündnis 90 die grünen eben wichtig um vorausschauende sicherheitspolitik ist es ja mittlerweile beim klimaschutz zu machen jetzt schauen wir genauer auf das was sie natürlich sich zu hause auch denken gucken wir doch mal auf die umfrage werte die es im moment ganz aktuell gibt da sieht man zum beispiel bei insa 24 prozent in brandenburg für die afd als stärkste kraft bündnis 90 die grünen liegen bei sieben prozent das bündnis sarah wagenknecht kommt momentan auf 17 prozent wie bewerten sie diese zahlen ich frage mich natürlich auch immer wieder wie kann es sein dass argumente von zwei parteien die offensichtlich eher auf der seite russland stehen als auf der seite von unserem europäischen frieden von unserer eigenen sicherheit hier auch in deutschland wie die so verfangen können mich besorgt das sehr weil ich natürlich auch in meiner rolle als außenministerin ganz viel mit unseren nachbarn auch in polen in den baltischen staaten spreche und die immer wieder davon berichtet richten wie groß die sorge ist was passiert wenn die russischen truppen einmal durch die ukraine durchmarschieren das ist ja das was parteien wie die afd oder das bündnis sarah wagenknecht sagen wir sollen die ukraine nicht mehr unterstützen sie sagen aber nicht das hieße dann im zweifel marschiert die russische armee durch die ukraine durch und dann sind sie in polen und was das eigentlich für unsere sicherheit bedeutet das mag man sich gar nicht ausmalen deswegen ist es für mich so wichtig auch wenn ich hier in brandenburg immer wieder viele fragen dazu höre immer wieder deutlich zu machen die unterstützung der ukraine ist der beste schutz dafür dass wir selber weiter in freiheit und vor allen dingen in frieden leben können ich weiß nicht wie es vielen von ihnen geht aber gerade auch meine beiden töchter fragen mich natürlich auch immer wieder mama was tun wir dafür dass wir weiterhin frieden leben können und meine antwort ist wir tun alles indem wir am besten die ukraine unterstützen dass die russischen truppen nicht noch weiter vorziehen in unsere richtung frage ich gleich mal dazu wie gefährlich ist denn im moment die situation wie sieht unsere weltlage im moment aus sie sind ja überall auf der ganzen welt als bundesaußenministerin unterwegs ja das sind absolut stürmische zeiten und wenn ich sie mir aussuchen hätte können dann hätte ich sie mir nicht so ausgesucht aber politik besteht ja daraus sich nicht einfach zu wünschen wie wäre die perfekte welt sondern in einer welt in der wir nun mal leben mit mit den herausforderungen umzugehen und das beste dafür zu tun dass wir uns selber schützen und auch dass wenn wir hoffen dass andere für uns da sind wir für andere da sind auch da wieder denkt man vielleicht okay wir machen einfach alles zu und verschießen unsere augen dann wird schon gut gehen aber ich glaube gerade auch in ostdeutschland hier wo wir leben sollte man sich immer wieder daran erinnern die wiedervereinigung unseres landes dafür dass die menschen hier in freiheit leben können die hätte es nicht gegeben wenn ich andere länder für uns da gewesen wären unsere osteuropäischen nachbarn die darauf vertraut haben dass von deutschland nie wieder gewalt ausgeht unsere anderen partner wie die amerikaner aber auch die franzosen die uns unterstützte haben dass diese wiedervereinigung dann weiter vorangeht und wir sind ja der stärkste wirtschaftsakteur in europa das hätte es auch nie gegeben wenn die anderen länder in europa uns nicht vertraut hätten nach der osterweiterung wo die anderen europäischen osteuropäischen nachbarn zur eu dazu gekommen sind 2004 also vor 20 jahren hat sich der wahren und handelsverkehr aus deutschland gerade auch aus ostdeutschland nach osten verdreifacht also wir würden wirtschaftlich deutlich deutlich schlechter dastehen würden wir nicht so ein starkes gemeinsames europa haben die rolle von deutschland wird sich ja wahrscheinlich auch in nächster zeit noch mal verändern deutschland wird noch wichtiger innerhalb europas werden wenn man in richtung usa guckt es sieht ja so aus als würde trump die wahl gewinnen oder gewinnen können das sagen ja jetzt auch fast alle aus meinem gewerbe aus den medien aber lassen sie uns noch mal auf die grünen selbst kommen immer wieder hört man und liest man diese sätze wie die grünen sind eine verbotspartei alles wollen sie uns verbieten das ist keine seltenheit dass man das hört was sagen sie denn dazu wenn sie das auch mal von menschen hören die sie damit konfrontieren dass das gegenteil der fall ist wenn wir darüber sagen wie machen wir zum beispiel die oder sauberer da haben wir vor jahren damit begonnen dass wir naturschutzgebiete ausgeweitet haben damit schützen wir das wasser damit schützen wir auch den lebensraum an der oder im sauberen wasser zu leben und wir haben jetzt gerade gesehen in polen als das wasser so verunreinigt worden ist dass lauter fische gestorben sind das heißt wenn man diese schutzmaßnahmen nicht ergreift und nicht auch deutlich macht gewisse stoffe dürfen nicht ins wasser eingeleitet werden das sind ja die regeln wo man sagt diese stoffe gehören nicht in wasser wo wir auch trinkwasser aus der ober mit gewinnen dann ist das eine gefahr für uns und deswegen braucht es klare regeln unser leben sicherer machen sowie auch im straßenverkehr aber natürlich ist es immer so in der politik wie ist es im fußball da versucht man wo gerade die europameisterschaft zu ende geht natürlich zu gewinnen und dass dann andere parteien die unsere politischen wettbewerber sind im zweifel versuchen wie kann man regeln immer wieder als verbote darstellen das gehört zum politischen geschäft mit dazu da haben wir die sportlerin gerade eben gehört die sportlerin anna lena werbock einwanderung migration und innere sicherheit das sind themen die die menschen auch in brandenburg sehr stark beschäftigen zudem auch wählerinnen und wähler der grünen also das ist kein thema jetzt für menschen die zum beispiel die afd wählen oder cdu spd wie auch immer es sind auch die wählerinnen und wähler der grünen das zeigen zumindest aktuelle umfragen wie gehen sie mit diesem themenkomplex im wahlkampf um offensiv weil genau wie sie sagen das beschäftigt jeden mich beschäftigt das natürlich auch zum einen in einer welt wo kriege und krisen zunehmen sind immer mehr menschen gezwungen ihre heimat zu verlassen und ich bin ja viel in der welt unterwegs das macht niemand freiwillig also am liebsten lebt man natürlich da aber man zu hause ist da kennt man die sprache da weiß wie es so zu geht aber wenn man vor krieg flieht oder wenn man die kinder nicht mehr ernähren kann dann zwingt ein das und deswegen gibt es unterschiedliche bereiche das wichtigste ist dass wir alles dafür tun dass die menschen nicht aus ihren ländern fliehen ich war gerade auch wieder im westlichen afrika deswegen unterstützen wir zum beispiel ausbildung im senegal weil sich da viele menschen auf dem weg übers meer machen weil sie keine jobangebote sehen es gibt wahnsinnig viele junge menschen das heißt unterstützung von ausbildung von arbeit vor ort führt auch dazu dass weniger menschen zu uns kommen und dann ist der zweite teil natürlich das habe ich auch immer wieder klar und deutlich gesagt es gibt klare regeln hier sind wir wieder bei den regeln jeder der vor krieg flieht der hat ein recht auf schutz aber wer halt nicht vor krieg flieht der kann nicht einfach so kommen deswegen ist klar diejenigen die kein recht auf asyl haben die müssen auch schnell wieder zurückgeführt werden dafür hat diese meine bundesregierung haben wir gemeinsam migrationsabkommen geschlossen weil natürlich kann man schnell populistisch sagen ja die müssen alle nach hause aber es geht dann darum zu organisieren dass die staaten ihre angehörigen wieder zurücknehmen dafür braucht diplomatie und genauso diese rückführungsabkommen die vereinbaren wir gerade und diejenigen die schutz brauchen die müssen wir vernünftig integrieren und auch da stellen sich herausforderungen ich habe gerade über schulzeit gesprochen meine kinder gehen selber zur schule wenn schulplätze knapp sind dann müssen wir organisieren wie können wir für alle bestmögliche schulangebote schaffen die schaffen wir deutschkurse dass die menschen dann hier auch arbeiten können also es ist ein großes feld und sich davor zu drücken wäre das absolut falsche aber zugleich ist halt auch mir immer wichtig populistische sprüche die einfach sagen wir machen die grenzen dicht und ziehen hier nur noch mauern hoch dann muss man auch so ehrlich sein wer das sagt zu sagen dann wird sie aber wirtschaftlich ziemlich katastrophal aussehen weil wir brauchen pro jahr 400.000 fachkräfte erleben wir glaube ich beim bäcker beim friseur im ingenieursbüro auf den baustellen und wenn wir keine migration auch fachkräftemigration mehr hätten dann sind wir wirtschaftlich wirklich in großer großen schwierigkeiten ich habe das auch gerade erlebt ich war in der zahlen in der w bei einer veranstaltung von unternehmerinnen und unternehmern und da hat mir eine heizungsbau firma geschäftsführerin gesagt bekommt einfach keine azubis es ist unmöglich keiner möchte den job mehr machen und das ging das thema migration natürlich dann auch in die runde und da sagte sie ja alles gut und schön ich habe da auch leute die würde ich gerne nehmen aber es dauert alles so lange die behörden arbeiten sehr langsam wie kann man das beschleunigen indem wir erstmal digitalisieren das klingt jetzt etwas aus der zeit gefallen weil alles ist ja mittlerweile digital aber da müssen wir ganz klar sagen die vorgängerregierung hat halt viele maßnahmen die wir im sogenannten infrastrukturbereich also ausbau schien beim zug wirklich zu investieren die schien zu modernisieren aber gerade auch bei der digitalisierung viele jahre verschlafen und das müssen wir jetzt nachholen das geht nicht per knopfdruck aber wir sind da massiv dran und ein teil ist zum beispiel mit blick auf was sie angesprochen haben visadigitalisierung dass fachkräfte die wir brauchen viel schneller ins land kommen und dann ist die aufgabe von den bundesländern gerade auch hier in brandenburg dann erfolgt die anerkennung viel viel zu lange also ich war ja auch bei einer altenpflege dann sagen wir haben eigentlich fachkräfte die hier herkommen wollen die bei uns in der altenpflege arbeiten wollen aber die berufsabschlüsse werden nicht anerkannt und andere bundesländer sind da viel schneller und dann gehen die halt nach hessen obwohl wir sie hier in brandenburg gut gebrauchen könnten das sind eben so dinge da müssen wir besser werden sie sind grüne bundestagsabgeordnete habe ich ja gesagt hier aus potsdam jetzt haben sie natürlich diesen top job bundesaußenministerin und sind auf der ganzen welt gerade jetzt bei der all den krisen die wir haben und problemen viel unterwegs aber inwieweit können sie denn im bundestag die interessen von potsdam beziehungsweise auch für das land brandenburg gleichzeitig und die landeshauptstadt potsdam in berlin vertreten sehr gut weiterhin weil man natürlich gerade auch wenn man viel in der welt unterwegs ist positive beispiele mitbringen kann wie läuft das in anderen ländern was können wir davon lernen ländliche räume zum beispiel für brandenburg lernen wir aus anderen ländern mit moderner technologie können die per drohnen zum beispiel medikamente bringen die in anderen ländern in ländliche regionen das sind so beispiele kann man hier sehr sehr gut zurückbringen in unsere ländlichen regionen und zugleich haben wir die frage mit blick auf umstieg aus der braunkohle in erneuerbare energien in brandenburg was ich jahrelang begleitet habe aus dem bundestag das jetzt umzusetzen für mich gerade hier in potsdam zu hause mit kindern in der schule in sportvereinen die ganz konkreten dinge dass wir die schulförderung unterstützen und sagen da wo wir die bundesländer ergänzen können mit schulunterstützung insbesondere in den stadtteilen und in den orten wo es familien nicht so einfach haben ist was was wir voranbringen müssen fachkräftemangel haben wir gerade angesprochen also viele themen die international von rolle spielen spielen sie natürlich auch hier in deutschland und all das bringe ich als potsdamerin als brandenburgerin und als jemand der viel in der welt unterwegs ist immer wieder in den bundestag mit ein ich habe es eben gesagt sie haben schon einen top job als bundesaußenministerin ein auf alle fälle stressig keine frage kann ich mir gut vorstellen aber auch ein interessanter job gerade jetzt in so schwierigen zeiten ihr thema ist völkerrecht 2025 gibt es wieder bundestagswahlen sie treten nicht als kandidatin an das haben sie sehr überraschend den kolleginnen und kollegen als kanzler kandidatin treten sie nicht an für den bundestag wahrscheinlich schon oder wir haben unsere listen hier noch nicht aufgestellt weil wir erst mal eine landtagswahl hier in brandenburg haben das wird sehr sehr spannend aber natürlich da habe ich großes interesse meine arbeit weiter fortzuführen ich möchte sie trotzdem fragen wie geht es denn weiter also vielleicht können sie ja außenministerin bleiben ist ja durchaus möglich aber vielleicht gibt es ja ganz andere berufliche ziele eu nato un ist außenpolitik ist offensichtlich was was ich sehr sehr gerne mache deswegen habe ich auch letzte woche deutlich gemacht in diesen stürmischen außenpolitischen zeiten will ich meine ganze energie genau darauf fokussieren neben meiner arbeit auch im deutschen bundestag und was dann danach nach der wahl kommt das ist ja das schöne in demokratien ich glaube das sollten wir uns auch immer wieder vergegenwärtigen gerade auch hier wo menschen vor über drei jahrzehnten auf der straße warnung für freie wahlen zu demonstrieren dass das schöne an der demokratie ist man weiß nicht wie es ausgeht es liegt in den händen der wählerinnen und wähler und wir haben jetzt noch ein gutes jahr bis zur nächsten bundestagswahl und wenn wir an das letzte jahr denken was da alles passiert ist das heißt es kann noch sehr sehr und wird sicherlich noch sehr interessant ja 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 zu der zeit damals 89 saßen wir beide im westen sie in hannover ich in west berlin und ich glaube sie waren genauso überrascht wie ich sie waren ja ein bisschen jünger als ich aber das hat einen schon ja überrascht überrannt obwohl es ja absehbar war nach all dem was da so passiert ist aber aber vielleicht ja ja ich war noch zu jung um wirklich das weltpolitische davon zu erfassen aber ich werde und darauf kann man glaube ich auch einfach ein bisschen stolz sein ja als bundesrepublik gerade als ostdeutsche bürgerinnen und bürger auch ich werde überall auf der welt immer wieder darauf angesprochen gerade natürlich in gebieten wo es viele konflikte gibt wie habt ihr das geschafft dass ihr diese friedliche revolution hatte dass ihr ein land wieder vereint hat dass versöhnung auch im größeren kontext nach dem zweiten weltkrieg stattgefunden hat und wir haben da so eine rolle was gesellschaften geschafft haben erst die versöhnung innerhalb der europäischen union dann die wiedervereinigung mit all den schwierigkeiten auch das ja zu sagen am anfang das weiß ich ja auch für viele in brandenburg mit blick auf arbeitslosigkeit war schwer aber wie schaffen wir es und eigentlich ist ja die lehre daraus wir schaffen es eigentlich immer nur gemeinsam wenn man gemeinsam als land als menschen sagt wir packen dinge an und das gerade in diesen zeiten wo es so viel verunsicherung gibt sich immer wieder an erinnerungen zu rufen am stärksten sind wir wenn wir gemeinsam agieren haben auch bei der wieder bei der europameisterschaft ja wir hatten ein team was sehr unterschiedlich war erfahrene spieler jüngere spieler spieler die hier geboren sind andere die nach deutschland gekommen sind und das ist eigentlich so eine stärke wo jeder was einbringt immer in dem verständnis das beste für alle herauszuholen man hat sie ja auch gesehen zusammen mit nancy faeser sie waren ja auch im stadion eine frage habe ich noch ganz zum schluss frau baerbock hat doch viele termine heute einer ist auch ganz wichtig da haben wir uns fast mit beschäftigt mit dem thema migration und jobs da geht es hier zur handwerkskammer in potsdam ich möchte aber mal fragen wenn sie hier nach potsdam wieder zurückkommen also sind wir auf der ganzen welt unterwegs als bundesausministerin oder auch in berlin ganz oft eben halt im bundestag man sieht sie ja da auch und sie kommen wieder hier nach hause haben von ihre tochter angesprochen wir haben ja zwei kinder wir haben ihren mann hier sie leben in potsdam wie ist das kann man das denn wenn man zu hause ist einfach ausblenden all das was auf dieser welt passiert oder sind sie da auch die ganze zeit unruhig was kommt als nächstes was passiert als nächstes wie muss man sich das vorstellen natürlich habe ich so eine funktion im handy aktiviert selbst wenn stumm geschaltet ist dann können gewisse nummern durchdringen aber potsdam ist nicht nur meine heimat hier bin ich zu hause sondern das erdert mich total wenn man mutter ist von zwei kindern das habe ich ganz zu beginn auch gesagt ich höre ja nicht auf mutter zu sein und auch wenn ich viel unterwegs bin und mich manche gefragt haben kann man so einen job überhaupt mit kindern machen ich glaube erst die beste voraussetzung mit kindern dass man immer mit einem fuß im sogenannten normalen leben steht wenn ich hier mit der straßenbahn unterwegs bin und merke da ist schon wieder eine baustelle hier kommen wir gar nicht durch oder auch dann jetzt zu diesen zeiten im bugerpark bin dann dann ist das was wo man halt den alltag nie vergisst auch wenn man viel unterwegs ist und wo man dann auch mal ein bisschen abschalten kann wenn man selber in den see springt es erkennen ein paar leute mehr als zu anderen zeiten also ich kann auf alle fälle eins sagen wir haben ja schon mehrere interviews zusammen gemacht in den letzten jahren sie haben sich nicht verändert das erlebe ich ja nun als journalist sehr oft dass leute die aufsteigen egal ob es in der politik ist oder auch in der wirtschaft dass sie auf einmal ganz anders sind und ich habe sie auch hier mal so zwischendurch erlebt auch bei ja nicht großen ereignissen sondern ganz klein man könnte vielleicht sogar sagen unbedeutenden ereignissen und da kamen sie zum beispiel auf mich zu haben mich begrüßt das sind sachen die merkt man sich also und so auch wie sie mit menschen insgesamt umgehen das habe ich auch beobachtet da haben sich nicht verändert warum ist das bei ihnen nicht der fall ist es diese diese erdung mit zu hause mit kindern mit familien ich weiß nicht erst mal danke aber das natürlich gehen solche ereignisse jetzt wie auch der krieg im nahen osten nicht spurlos an einem vorüber für mich jeder muss das ja selber machen ist immer wieder diese rückbesinnung auch sich vorzustellen was würde das bedeuten wenn es meine kinder werden die da in gaza plötzlich von raketen angegriffen werden und ihre eltern verlieren und dieses wechselspiel zwischen potsdam berlin der welt und dann immer wieder nach hause zurückzukommen ja das ist für mich wichtig und wie gesagt ich glaube es erdet auch und es gibt auf der anderen seite auch kraft weil man weiß was in die wahren und wichtigen dinge im leben ja dass es einem gut geht den kindern gut geht und das ist auch das was alle auf der welt im größten teil vereint ja eigentlich wollen alle das gleiche dass man selber und seine familie sicher und in frieden lebt dann sage ich herzlichen dank pro werbock für dieses interview das war politik in brandenburg ich bin andreas dorfmann schalten sie uns ein regelmäßig auf den sendern der sendergruppe gott media das ist tv berlin das ist hauptstadt tv für brandenburg hamburg 1 und natürlich auch kw tv in brandenburg und nicht zu vergessen ganz baden württemberg da haben wir auch noch ein sender nämlich future tv und bei youtube können sie uns jederzeit sehen wir wissen ja man sieht sich